Wir, die KMS-Unternehmensgruppe, betreiben Autohöfe, Tankstellen, Burger Kings und sind in der Automatenbranche im Technik-Service unterwegs. Für unsere Gamelands suchen wir Auszubildende für den Automatenfachmann oder die Automatenfachfrau. Die Vielseitigkeit, die Abwechslung. Das reicht von Spielautomaten bis Snackautomaten. Getränkeautomaten, Bankautomaten, Kontoausflugautomaten. Warten, Kassieren und Referieren eigentlich. Mal andere Städte sehen. Ein relativ lockerer Umgang, auch mit den Chefs und mit den Arbeitskollegen. Man kann offen über alles reden. Wenn man Fragen hat, kann man auf die Leute zugehen. Jeden Tag irgendwas Neues erlebt. Schönes Arbeitsklima. Nach meiner Berufsausbildung habe ich halt unglaublich viele Perspektiven. Ist familiär. Der größte und wichtigste Teil ist der Elektrotechnik-Teil. Ich sag mal, alles, wo man Geld reinschieben kann und rausholen kann, reparieren wir oder lernen es im Moment. Hast du Lust, eine spannende Ausbildung zum Automatenfachmann oder zur Automatenfachfrau zu machen? Dann komm zu uns. Komm ins Gameland.